Die Brennweiten Die Brennweiten, das ist ein kreatives Stilmittel, welches nicht zu unterschätzen ist. Ich freue mich, euch die Brennweiten vorstellen zu dürfen. Die objektive und deren Kreativität Wir haben nun vorab bereits Blendezeit und ISO und deren Bildwirkung besprochen. Das heisst, schon da habt ihr viel kreative Stilmittel bekommen. Weiter ist es aber so, dass der Einsatz der Brennweite, des Abbildungswinkels, ganz zentral ist, um ein Motiv bildwirksam abzulichten. Das heisst, ich habe die Möglichkeit, verschiedene Brennweiten zu kaufen. Ihr könnt diese Folie vorsichtig durchlesen, sie ist sehr zentral. Anders gesagt, wenn ich hier jetzt wieder Beispiele bringe, kann ich es so sagen, wenn ich ein 24 mm Weitwinkel habe, dann kann ich von diesem Fussballfeld sehr viel aufs Bild bringen. Das heisst, ich bringe sogar noch die Zuschauer, welche wir hier imaginär uns vorstellen könnten, aufs Bild mit drauf. Ein weiter Winkel, eine kleine Zahl, dann dem sagt man die Brennweite. Das 50 mm Objektiv, das entspricht der Normalbrennweite. Die Normalbrennweite bezeichnet den Bildwinkel, den wir von Auge wahrnehmen. Mit dieser Brennweite von 50 mm kann ich jetzt also einfach nur noch dieses Feld ablichten. Das heisst, ich bringe weniger aufs Bild als mit einem 24 mm. Wenn ich nun ein Teleobjektiv verwende, zum Beispiel, das ist ein ganz leichtes Teleobjektiv, dann wird der Bildwinkel noch enger und ich kann nur noch dieses Tor ablichten. Die Brennweite ist ein optisches System, das unterschiedlich zusammengestellt ist von konvex, konkav zu einem anderen geschliffenen Linsen. Und da gibt es grosse Qualitätsunterschiede. Bitte achtet euch darauf, dass ihr gute Objektive kauft. Wir sehen hier noch einmal ein Beispiel. Zum Beispiel im Studio eine gemachte Situation. Mit einem 24 mm bringe ich sehr viel aufs Bild drauf. Je länger die Brennweite wird, je weniger bringe ich aufs Bild drauf. Bis ich zu guter Letzt das 200 mm habe und hier eigentlich nur noch einen Ausschnitt machen kann von meiner Studiosituation. Das heisst, je länger die Brennweite ist, je mehr kann ich die Motive zu mir heranholen. Diese Objektive sind vor allem für Tierfotografie oder Sportfotografie. Und diese Objektive, die sind vor allem, wenn ich viel aufs Bild bringen möchte, Architekturfotografie. Die Brennweite und deren Wirkung, es ist ja nicht nur so, dass wir eine Brennweite wählen können, sondern die Bildwirkung ist ja dann auch noch das kreative Stilmittel, ganz zentral. Mit einem 24 mm Objektiv kann ich, wird eigentlich fast alles scharf im Bild. Mit der Betonung auffasst. Habe ich ein 50 mm Objektiv, bringe ich immer noch fast alles scharf ins Bild. Das 105 mm jetzt aber zeigt bereits, wenn der Fokus am selben Ort liegt wie auf den anderen Bildern, dass ich hier den Nahabstand überschritten habe und nur noch die Figuren scharf werden. Die Bildwirkung ist komplett anders. Wenn ich jetzt noch auf die Schärfentiefe genauer eingehe, habe ich bei einem 24 mm, also eine 24 mm Brennweite mit einer Blende 2.8, eine ganz andere Bildwirkung, weder wenn ich ein 200 mm nehme, bei Blende 2.8. Bei Blende 2.8 und weitwinkelig wird praktisch alles scharf und bei einem 200 mm, bei Blende 2.8, wird nur noch eigentlich das Figürchen scharf. Ich hole es also nicht nur näher heran, die Bildwirkung ist auch komplett anders. Die Brennweite und die Bildwinkel, das ist ganz zentral. Hier sehen wir, haben wir ein Haus und die Ebenen sind ganz plan eingestellt. Wir sehen hier jetzt das Beispiel, die Kamera und das Haus haben genau die gleiche Ausrichtung. Das heisst, ich habe keine Verkantung auf dem Bildsensor. Wenn wir das verkanten, das heisst, hier haben wir die Verkantung, wir fotografieren von unten aufs Motiv, das ergibt stürzende Linien im Bild. Die Kamera ist verkantet, wir fotografieren von unten, Das heisst, wir haben von hier zu hier einen grösseren Abstand. Das bedeutet, die Linien gehen hier zusammen. Das heisst, wir haben plötzlich stürzende Linien nach oben zusammenlaufend, wenn wir von unten fotografieren. Fotografieren wir nun aber von oben auf das Motiv. Dann wird das Hausdach grösser in der Bildwirkung, weil es näher am Objektiv liegt. Für euch wichtig zu wissen, alles, was nah am Objektiv liegt, wird grösser abgelichtet. In diesem Fall hier ist es jetzt das Hausdach. Wir haben stürzende Linien nach unten und weil das Hausdach näher an der Linse ist, wird das auch grösser gezeigt. Die Normalbrennweite ist sehr wichtig, dass ihr wisst, was die Normalbrennweite ist, weil es gibt Brennweitenabstufungen. Das heisst, wenn ich mit einer Vollformatkamera fotografiere, da ist der Bildsensor 24 x 36 mm gross. Wenn ich den Durchmesser messe, von dieser Bildfläche ergibt das 50 mm. Das bedeutet, anhand des Bildsensors kann ich bestimmen, was die Normalbrennweite ist, das heisst, so wie mein Auge sieht. Da ihr aber verschiedene Bildsensoren mit euch bringt, nämlich ich in meinem Fall eine FX-Kamera, das bedeutet Vollformatkamera, ihr allenfalls ein AP-Sensor habt, seht ihr, der ist deutlich kleiner, dieser Bildsensor. Und hier ist nun die Normalbrennweite, wenn ich den Durchmesser messe, von dieser Fläche, dann eben 30 mm. Und hier ist es das 24 mm. Bitte eruiert, wie gross euer Bildsensor ist und anhand dieser Größe könnt ihr mit dieser Folie dann festlegen, welches an eurer Kamera die Normalbrennweite ist. Die Objektive und Brennweiten. Wir haben hier eine sinnvolle Brennweitenreihenfolge. Das hier sind Zoom-Objektive. Das deckt einen Raum ab, dieses Objektiv, von 24 bis 70 mm. Dann habe ich weiter ein Objektiv, welches von 70 bis 200 mm geht. Das heisst, ich habe hier mehrere Brennweiten in einem Objektiv verbaut, was garantiert einen Qualitätsunterschied macht zu Festbrennweiten. Eine Festbrennweite, da steht nur eine Zahl drauf. Zum Beispiel 24 mm Weitwinkel, 35 mm bei FX-Format, immer noch Weitwinkel, 50 mm, 80 mm, 105 mm und 200 mm. Das sind Festbrennweiten, wenn einzelne Zahlen angegeben sind. Nun schauen wir uns an, für was wir eigentlich, das heisst, wir klären den Anwendungsbereich, aber eben für die Vollformatbildzensoren. Wir klären danach auch noch, wie ihr feststellen könnt bei euren DX-Kameras, was denn für euch die Anwendungsbereiche sind und wie die Zahlen bei euch aussehen müssten. Wir haben hier ein Fischauge. Ein Fischauge, das ist ein enorm weiter Winkel. Das heisst, das Bild wird quasi rund abgelichtet. Das ist ein Fischauge, ist eine interessante Möglichkeit, um Landscape-Aufnahmen zu machen, welche wir dann im Timelapse verarbeiten. Eigentlich eine spielerische Brennweite. Dann haben wir weiter hier das Weitwinkel. Das deckt zum Beispiel einen Raum ab von 15 bis 35 mm. Ist ideal für Architektur, Gruppenaufnahmen und Landscape. Wir haben das Makroobjektiv. Makroobjektiv bezeichnen wir dieses Objektiv, welches uns das Motiv gleich gross, wie es ist, auf den Bildsensor bringt. Dazu gibt es aber einen separaten Kurs. Das ist dann der Makrofotografiekurs. Mit diesem Makroobjektiv kann ich kleinste Gegenstände bildwirksam ablichten. Wir haben hier das Normalobjektiv. Das ist das 50 mm Objektiv. Das ist die normale menschliche Sichtweise, so, wie wir im Alltag eben sehen. Dann haben wir ein Portraitobjektiv. In der Regel bezeichnen wir das Portraitobjektiv mit 80 mm. Können wir aber auch gut für Reportagen einsetzen. Dann haben wir das 105 mm. Das kann ich sowohl für Portrait, als aber auch für Reportagen anwenden. Nun seht ihr, wir haben hier ein leichtes Teleobjektiv. Das ist ein normales, leichtes Teleobjektiv. Hier wiederum sehen wir ein Makroobjektiv. Das ist auch ein 105 mm. Diese zwei Objektive sind aber komplett anders verbaut. Also Vorsicht, wenn ihr Makroobjektive kauft oder 105 mm Teleobjektive kauft. Wir haben das 200 mm Objektiv bis 800 mm Objektiv. Das sind dann sehr lange Objektive. Die sind vor allem für alles, was weit weg ist, um es näher heranzuholen. Sportfotografen, Ornithologen, das heisst die, die gerne Vögel fotografieren, Das 200 mm Objektiv wird auch gerne in der Modefotografie eingesetzt. Der Kropfaktor, die Brennweitenverlängerung. Der Kropfaktor, die Brennweitenverlängerung, ist eine Bezeichnung, respektive die Umrechnung für kleinere Bildzensoren. Wir haben nun in den meisten Kameras nur noch halb so grosse Bildzensoren wie 24 x 36 mm, was das Ursprungformat für die Kleinbildkameras war. Da war dann das Normalobjektiv eben das 50 mm. Ist der Bildzensor eben nur noch halb so gross wie ein 24 x 36 mm. Dann wird das Tele, respektive das Normalobjektiv von 50 mm zu einem leichten Teleobjektiv. Wenn wir den Kropfaktor nun berechnen von 1,5, dann müssen wir das 50 mm multiplizieren mit 1,5. Dann haben wir ein leichtes Teleobjektiv und wissen nun, was ungefähr die zu erwartende Bildwirkung ist. Das heisst, wenn ich bei einem Bildzensor von 24 x 36 mm fx-Format ein Normalobjektiv habe von 50 mm und hier das umrechne, dass ich erkennen kann, was dein Normalobjektiv sein sollte, dann muss ich diese 50 mm durch 1,5 rechnen. Dann bedeutet das hier, ein 30 mm entspricht deinem Normalobjektiv für einen APS-Sensor. Das kann sein, dass du bei Canon anders einen anderen Kropfaktor hast. Wir haben jetzt einfach hier den Kropfaktor von Nikon genommen von 1,5. Hier kannst du die Einstellungen machen für den Kropfaktor für noch kleinere Bildzensoren. Also, bei einem, anders gesagt, wenn ich jetzt fotografiere mit einem Bildzensor von 24 x 36 mm und du hast hier deinen Bildzensor, welcher deutlich kleiner ist, der wird hier rot angezeichnet. Wir haben denselben Abstand zum Motiv. Kannst du weniger aufs Bild bringen? Zum einen. Ist es nun aber so, dass ich in eine Notlage komme und dich frage, ob du mir dein Objektiv gibst, also deine Normalbrennweite gibst, passiert folgendes. Ich kann meinen Bildzensor nicht mehr ganz ausbelichten. Das heisst, auf meinem Bild, schau, wird von hier bis hier ein Grauschleier gezeigt, weil ich eine zu kleine Brennweite aufgesetzt habe, welche nicht mehr meinen ganzen Bildzensor abdeckt. Umgekehrt aber, wenn du meine Normalbrennweite aufschraubst, dann hast du immer noch tiptop alles hier ausgeleuchtet. Das heisst, es ist dir möglich, auf deine DX-Kamera ein FX-Objektiv aufzuschrauben. Allerdings ist das nicht unbedingt empfehlenswert. Wir sprechen miteinander über die Belichtungsmessung. Die Belichtungsmessung in der Kamera, das bedeutet, irgendetwas in deiner Kamera muss ja sagen, wie viel Licht ist gerade aktuell in deiner fotografischen Situation vorhanden. Ich denke, du kannst das ja im Moment nicht einfach Handklank mal Pi einstellen, was die richtige Belichtungszeit und so weiter sein soll. Deshalb hilft dir der Belichtungsmesser in der Kamera. Und der Belichtungsmesser ist verschieden einzustellen. Du hast zum Beispiel bei Canon für die Matrix-Belichtungsmessung dieses Bild, welches es anzeigt, für die Nickung dieses. Für was benutze ich die Mehrfeld- oder eben Matrix-Messung? Das ist vor allem dann, wenn die Tonwerte relativ ähnlich sind. Das heisst, zwischen hell und dunkel nicht sehr viel Unterschied ist. Diese Einstellung ist in der Regel eine Belichtungsmessung, Einstellung für eben normale Lichtsituationen. Das heisst, nicht sehr viel Schwarz, aber auch nicht sehr viel Weiss. Wenn ich nun die Spott-Belichtungsmessung einstelle, oder, Entschuldigung, ich habe mich versprochen, ich wollte sagen, die mittenbetonte Belichtungsmessung. Für die Canon sieht das zum Beispiel so aus und für die Nikon zum Beispiel so. Dann misst die Kamera nur in der Mitte das Licht. Das heisst, diese Belichtungsmessung ist nur für Bilder, in welcher in der Mitte richtig belichtet sein soll. Unterschiedlich zu der Matrix-Messung, welche wirklich in allen vier Ecken das Licht misst und in der Mitte und dann eine Querrechnung macht zwischen der hellsten und der dunkelsten Stelle, messe ich eben hier in dieser mittenbetonten Messung nur die Bildmitte. Wenn ich die Spott-Belichtungsmessung einstelle, die selektive Messung, ihr müsst aufpassen, es gibt noch Kameras, die haben dann vier Belichtungsmessung-Einstellungen. Die idealste ist die Matrix für euch zurzeit, oder eben die selektive oder die Spott-Messung. Hier misst die Kamera in der Regel dort das Licht, wo der Fokus hingelegt wurde. Das ist aber auch wie der Kameratyp abhängig. Ich habe hier euch noch einen weiteren Punkt, nämlich den Kontrastumfang und die Tonwerte von einem Bild. Wenn wir das anschauen, der Kontrast, das bedeutet, zwischen hell und dunkel zu erruieren, welche Grauwerte es hat. Hier haben wir 100% Weiss. Das ist die Weissstelle im Motiv. Und hier haben wir die dunkelste Stelle im Bild, hier an diesen Wimpern. Der Kontrastumfang zwischen hell und dunkel in diesem Bild ist nicht sehr hoch. Denn wir haben hier noch das neutrale Grau im Bild. Das bezeichnet man etwa hier in der Mitte. Das ist ein neutrales Grau. Wenn wir das anschauen, der Tonwert eines Bildes. Wir können anhand eines Histogrammes zum Beispiel schon bereit sagen, haben wir ein helles Bild vor uns oder ein dunkles Bild. Der Kontrastumfang, sprich das Histogramm, zeigt uns das Verhältnis zwischen dem hellsten und dem dunkelsten Punkt im Bild. Hier in diesem Histogramm haben wir die dunklen Stellen und hier haben wir die hellen Stellen. Das Histogramm verstehen wir folgendermassen. Hier zeigt es in der Höhe die Häufigkeit, wie oft, dass der Schwarzton vorkommt. Hier haben wir den Tonwertumfang, hier unten. Das heisst, auf der linken Seite zeigt es die dunklen Stellen an und auf der rechten Seite die ganz hellen Stellen. Und hier zeigt es die Mitteltöne an, die neutralen Grautöne. Dieses Bild können wir so verstehen. Es hat sehr wenig Schwarz. Schaut, die Kurve ist sehr, sehr niedrig. Es hat relativ viele Mitteltöne, dieses Bild. und es hat sehr, sehr viele Lichtstellen. Die Lichter bedeutet eigentlich die weissen Stellen. Das ist die Häufigkeit. Das heisst, weiss kommt sehr häufig vor in diesem Bild. Wenn wir uns das anders anschauen, dann sehen wir hier, auf der linken Seite ist die Häufigkeit vom Schwarz ganz deutlich angezeigt und dann wird die Kurve immer tiefer. Das heisst, es hat wenig Mitteltöne und praktisch keine Weisstöne. Dem sagt man Low-Key-Bild. Wenn wir nun die Farben anschauen, wir können die nämlich auch zeigen, dann haben wir in dieser Mitte hier, schaut einmal, die Farben liegen hier in der Mitte. Das ist ein neutraler Farbton. Wir haben etwa gleich viel Rot, Gelb, Grün, Cyan und Blau. Und hier zeigt es noch die Kurve des Grauwertes an. Wenn wir das Bild nicht sehen würden, könnten wir also anhand dieses Farbhistogrammes sagen, ah, das ist ein neutral belichtetes Bild. Schauen wir uns das an, zum Beispiel, wenn wir die Kurve hier auf der oberen Seite haben, dann sehen wir, wir haben eine grosse Häufigkeit von Weiss im Bild und eine geringe Häufigkeit von Schwarz im Bild. Dieses Bild bezeichnen wir mit High-Key-Bild, also ein helles Bild, ein eher freundlich wirkendes Bild. Weiter sprechen wir nun über den Weissabgleich. Der Weissabgleich kannst du so verstehen, unser Auge neutralisiert eigentlich Gelb und Blau jeweils. Das heisst, wir sehen meistens neutral Weiss. Die Kamera kann nicht neutral sehen. Dann müssen wir miteinander besprechen, was sind denn Kelvin-Werte. Die Kelvin-Werte bezeichnet eigentlich die Farbtemperatur. Wenn ich hier eine geringe Farbtemperatur habe, von 1000 bis 2000 Kelvin, dann entspricht das etwa Kerzenlicht. Wenn ich hier in die Mitte schaue, dann haben wir hier einen neutralen Wert, das heisst, das ist fast Weiss, das entspricht dem Blitzlicht. Das sind dann 5000 bis 5500 Kelvin. Das ist ja etwas, was wir im Bild bevorzugen. Wir möchten vermutlich keine gelben oder blauen Bilder. Wenn ich nun den Kelvin hochschraube auf 9000 bis 10.000 Kelvin, dann habe ich ein blaues Bild und das sind sehr hohe Kelvin-Werte. Das bezeichnet so ungefähr bedeckter Himmel und Schatten. Bitte beachtet, das sind ungefähr Angaben, das sind Richtwerte. Also, kurz zusammengefasst, die Farbtemperatur wird mit Kelvin-Werten angegeben. Den Weissabgleich verstellst du an deiner Kamera unter WB. Bitte achte darauf, dass du den Weissabgleich in der Regel auf WBA hast, also WB-Automatik. Wir schauen uns das später noch an. Hier ein Beispiel zu Bildern, welche zu stark mit gelbem Licht fotografiert wurden. Und hier haben wir einen neutralen Wert. Hier geht das Bild auf die blaue Seite, was ich persönlich jetzt eher schwierig finde für Portraits, ist Geschmackssache. Hier haben wir den Modus. Also, im Modus Automatik stellt die Kamera selber relativ gut die Farbtemperatur zwischen 300 und 7.000 Kelvin ein. Bei Tageslicht seht ihr dann weiter hier 5.200. Das sind so vorgegebene Module, welche ihr an der Kamera einstellen könnt. Ich rate nicht dazu. Was ich aber empfehlen kann, ist zum Beispiel den manuellen Weissabgleich. Da kann ich manuell selber die Farbtemperatur über das Live-View einstellen. Dann haben wir noch die Kelvin-Werte, die Farbtemperatur selber, welche wir dann auch zwischen 2.500 und sehr viel höheren Kelvin-Werten verstellen können. Die Lichtwaage, das ist der Belichtungsmesser in der Kamera. Das heisst, nun könnt ihr bereits im manuellen Modus belichten, weil ihr inzwischen Blendezeit, das heisst die Lichtdosierung, verstanden habt. Wenn ihr hier jetzt die Lichtwaage anschaut, dann haben wir die dicken Striche, das sind immer die ganzen Lichtwerte, Blendenwerte oder Lichtwerte. Das hier sind Drittelsblenden. Hier auf 0 ist dann das Bild theoretisch laut Kamera richtig belichtet. Hier gehe ich in den helleren Bereich und hier gehe ich in den dünkleren Bereich. Wenn ich ein Bild nun heller belichtet haben möchte als eben 0, dann gehe ich plus eine Blende. Stelle ich jetzt nun plus zwei Blenden ein, dann wird mein Bild schon sehr deutlich viel heller. Und hier ist das Bild dann deutlich zu hell. Auf 0 wäre das Bild entsprechend dem Kamerasensor, sprich der Belichtungsmessung, richtig belichtet. Das ist aber von euch und eurem Geschmack abhängig, wie ihr das haben möchtet. Stelle ich nun die Kamera um minus ein, ein Drittel Blende, dann bezeichnet das Graue hier die Drittelsblende. Seht, hier kommt die Zusammenfassung. Hier ist das Bild zu dunkel belichtet im Minusbereich und auf dieser Seite wird das Bild zu hell belichtet. Also dem sage ich Lichtwaage. Wenn ich hier nur noch den Pfeil sehe, dann ist das Bild eindeutig zu hell. Das heisst, hier habe ich ja gar keine Lichtwaage mehr, hier ist das Bild viel zu hell. Anders gesagt, wenn hier der Pfeil erscheint, ist das Bild eindeutig zu dunkel. Die Zusammenfassung der Lichtwerte. Wenn wir uns das anschauen, die Lichtwerte sind abhängig davon, wie ich die Blende einstelle, die Belichtungszeit und die ISO-Zahlen. Wenn ich hier nun schaue, hier habe ich die ganzen Blendenwerte. Das Bild ist sehr hell, bei einer Offenblende 1. Bei einer geschlossenen Blende ist das Bild sehr dunkel. Anders gesagt, die Belichtungszeit, habe ich eine lange Belichtungszeit von 1,8 Sekunde, bleibt mein Verschluss sehr lange auf. Das heisst, das Licht fällt lange auf den Bildsensor und mein Bild wird sehr hell. Habe ich eine sehr kurze Verschlusszeit, wird mein Bild sehr dunkel. Wenn ich die ISO-Werte anschaue. Bei 100 ISO ist mein Bild dunkel. Wenn ich ein helleres Bild benötige, muss ich die ISO-Zahlen hochstellen. Allerdings wünschen wir uns, dass wir hier den ISO-Wert nicht über 800 ISO bringen, wegen dem Bildrauschen. Nun sehen wir hier eingezeichnet. Eine Blende 5,6 gibt uns unser Belichtungsmesser an, entsprechend in der Lichtsituation, in welcher wir nun sind. Das heisst, die Blende 5,6 bei einer Belichtungszeit von 1,125 und bei einem ISO-Wert von 200. Nun ist es aber so, dass ich nicht unbedingt diese Blende möchte. Ich möchte nämlich Tiefenschärfe im Bild und schliesse somit die Blende um 6 Blendenschritte auf 11. Nun wird mein Bild aber eindeutig zu dunkel. Ich muss hier nun zum Beispiel den ISO-Wert anpassen, um wieder die korrekte Belichtung zu erhalten im Bild. Also heisst das, ich muss den ISO-Wert wieder um 6 Schritte erhöhen, um dieselbe Belichtung zu bekommen, wie der Belichtungsmesser mir angegeben hat. Sonst wird mein Bild viel zu dunkel. Ich habe hier aber auch noch eine Alternativmöglichkeit. Ich habe die Möglichkeit, nach wie vor habe ich die Blende geschlossen, wegen der Tiefenschärfe, bin also auf Blende 11, habe hier plus 5, plus 6 Blendenschritte und jetzt habe ich alternativ doch auch die Möglichkeit, die Belichtungszeit minus 6 Zeitschritte zu verlängern, damit mein Bild wieder heller wird. Die dritte Möglichkeit wäre doch zum Beispiel zu sagen, okay, ich möchte nach wie vor meine Tiefenschärfe, deshalb Blende 11. Jetzt kann ich doch zum Beispiel die Belichtungszeit minus 3 Zeitschritte verstellen, von einem 125 auf eine 60 Sekunde. Aber ich habe hier jetzt immer noch ein zu dunkles Bild. Somit muss ich die ISO-Zahlen erhöhen, damit mein Bild wieder heller wird. Das heisst, ich stelle die ISO-Zahlen von 200 plus 3 ISO-Schritte höher auf 400 ISO und habe wiederum das korrekt belichtete Bild. Ein weiteres Beispiel. Wir haben hier wieder dieselbe Lichtsituation, das heisst, der Belichtungsmesser gibt uns eine Blende 5,6 an bei einer Zeit von 125 und einem ISO-Wert von 200. Nun möchte ich aber nicht wie im ersten Beispiel Tiefenschärfe erzeugen, sondern ich möchte eine selektive Schärfe im Bild. Das bedeutet, ich stelle die Blende minus 6 Blendenschritte auf 2,8. Das heisst, jetzt wird mein Bild eindeutig zu hell. Ich muss also hier wieder, analog dazu, entweder die Belichtungszeit oder den ISO-Wert anpassen. In diesem Beispiel stelle ich nun, weil ich nicht so gerne grobkörnige Bilder habe, den ISO-Wert minus 3 Schritte auf 100 ISO. Mein Bild ist jetzt immer noch zu hell. Also schliesse ich. Das heisst, versuche ich. Ich versuche es nicht, ich mache es. Entschuldigung. Ich stelle nun plus 3 Zeitschritte. Das heisst, hier stelle ich wieder das Bild dünkler. Das und das zusammen ergibt ja wieder diese 6 Licht-Wert-Schritte, die ich jetzt nun ausbalanciert habe, um wieder die korrekte Belichtung zu erhalten. Ich kann es auch einfacher machen. Ich habe die Möglichkeit, die ISO-Zahlen auf 200 zu belassen und hier einfach nur plus 6 Zeitschritte zu gehen, um wieder die korrekte Belichtung zu erhalten. Die Zusammenfassung der Lichtwerte und der Bildwirkung, wenn ich eine Blende 2.8 habe und eine 20. Sekunde bei 100 ISO, habe ich ein Bild mit Offenblende fotografiert, welches die Bildwirkung von selektiver Schärfe bringt, respektive ein Bucke. Und es ist nicht grobkörnig, dieses Bild, weil ich tiefe ISO-Zahlen habe. Eine 20. Sekunde ist eine lange Belichtungszeit. Das bedeutet, ich muss hier bereits auf dem Stativ sein. Wenn ich jetzt die Blende schliesse auf 5, 6, muss ich analog dazu entweder die Zeit verstellen oder die ISO-Zahlen. In diesem Beispielbild haben wir nun die ISO-Zahlen erhöht, damit das Bild nicht zu dunkel wird mit Blende 5, 6. Also, wir haben im ersten Bild belichtet bei 2.8 und 100 ISO. Das sind 6 Schritte weniger Licht, wenn ich die Blende schliesse auf 5, 6. Ich muss jetzt analog dazu hier den ISO-Wert anpassen, um das Bild wieder heller zu machen. Hier wurde das Bild dunkler gemacht durch die Schliessung der Blende. Hier muss ich das Bild heller machen über die ISO-Zahlen. Die Belichtungszeit belasse ich zurzeit noch. Wenn ich eine Blende 5, 6 habe bei 1,20 Sekunde und 400 ISO, habe ich aber auch die Möglichkeit, das Bild zu belichten bei Blende 2, 8, 1,20 Sekunde und 100 ISO. Die Zusammenfassung der Lichtwerte, Blendenwerte und der Schärfentiefe, sprich der Bildwirkung. Also, noch einmal gesagt, die Blende ist da, um den Lichtwert zu steuern. Das heisst die Lichtdosierung. Aber wir haben auch eine Bildwirkung. Wenn wir mit Offenblende 1 fotografieren, haben wir ein sehr helles Bild, die Bildwirkung von sehr geringer Schärfentiefe. Je mehr ich die Blende schliesse, je dünkler wird mein Bild. Hier, bis hin, dass es schwarz wird. Aber ich habe eine hohe Schärfentiefe mit einer Blende 22. Wenn wir das bei der Belichtungszeit anschauen. Die Belichtungszeit ist auch eine Lichtdosierung, aber diese Lichtdosierung hat auch eine Bildwirkung. Wenn ich mit Offenblende 1, 8 fotografiere, wird mein Bild sehr hell. Das ist eine sehr lange Belichtungszeit. Das heisst, ich habe eine hohe Bewegungs- oder Verwackelungsunschärfe. Stelle ich die Zeit sehr kurz ein, das ist die Verschlusszeit, dann wird mein Bild dünkler und ich habe eine geringe Bewegungsunschärfe. Das heisst eine sehr tiefe Verwackelungsunschärfe. Das heisst, die Bildwirkung ist dann hier eingefroren und hier ist die Bildwirkung dynamisch weich. Bei den ISO-Werten. Ich kann ein Bild dunkel halten mit tiefen ISO-Zahlen. Ein Bildrauschen entsteht ab 800 ISO. Ein Bild mache ich aber heller, wenn ich die ISO-Zahlen hochstelle, was nicht wünschenswert ist. In den meisten Fällen stoppen wir bei 800 ISO oder 1600 ISO. Heisst, ein Bild, welches mit 100 ISO belichtet ist, ist ein dunkles Bild, hat ein geringes Bildrauschen. Und habe ich sehr, sehr hohe ISO-Zahlen, habe ich ein hohes Bildrauschen. Die meisten Kameras zeigen hier noch ein H1 und H2 an. Das heisst, diese Zahl wird bei H1 noch einmal verdoppelt. Nicht empfehlenswert. Die Zusammenfassung noch einmal anders gezeigt. Wir sprechen über die Beeinflussung und über die Abhängigkeiten von Blendenzeit und so weiter. Das heisst, wenn ich einen Teil verstelle, dann muss ich auch einen anderen analog dazu umstellen. Und die Bildwirkung verändert sich deutlich, je nachdem, was ich einstelle. Wir nehmen hier zum Beispiel einmal die Bildhelligkeit. Wie beeinflusse ich die Bildhelligkeit? Das mache ich mit der Blende. Die Bildhelligkeit steuert aber dann auch noch die Belichtungszeit und der ISO-Wert. Das ergibt zusammen die Bildhelligkeit, diese drei Punkte. Und wenn wir nun schauen, was steuert die Blende? Die Blende steuert die Bildhelligkeit und die Schärfentiefe. Die Schärfentiefe ist aber auch abhängig, zum Beispiel von der Brennweite. Das sind die Beeinflussungen und die Abhängigkeiten voneinander. Wenn wir nun schauen, gerade das Bildrauschen. Das Bildrauschen kann nicht nur bei hohen ISO-Werten entstehen, sondern auch bei sehr langen Belichtungszeiten. Das ist aber auch kameratyp-abhängig. So sind wir nun in der Fotografie Grundlagen bei den Basics durch. Das sind Blende, Zeit, ISO-Zahlen, deren Bildwirkung und das Kamerahandling. Das ist die Schärfentiefe. Vielen Dank. Vielen Dank.